Musik Wie lernt eigentlich ein Computer Musik hören? Das wollen wir uns jetzt einmal anschauen oder besser anhören. Herzlich willkommen bei 2 Minuten Wissen. Musik Wenn der Computer Musik hört, verarbeitet er ein sogenanntes Audiosignal. Das ist erstmal eine Abfolge von sehr vielen Zahlen. Aus dieser Zahlenfolge berechnen wir zunächst die Präsenz von hohen und tiefen Klanganteilen, ein Spektrogramm. Musik Diese Klanganteile erfassen aber noch keine musikalischen Informationen. Dazu fassen wir sie zu Tonhöhen zusammen. Aus denen berechnen wir dann musikalische Eigenschaften, wie zum Beispiel das Auftreten eines Durakkords. Oder eines Mollakkords. Solche musikalischen Eigenschaften können wir zum Beispiel nutzen, um Musikstile zu unterscheiden. Dazu zeigen wir dem Computer viele Beispiele für verschiedene Stile. Mit diesen Trainingsdaten lernt er, welche musikalischen Eigenschaften typisch für einen Musikstil sind. Der fertige Algorithmus kann nun unterscheiden zwischen Musik von Wagner wie dem Wahlkürenritt und einem Stück von Bach. Der Computer kann also ein ziemlich feines Gehör entwickeln. Weitere Informationen dazu findet ihr auf der Homepage.